Liebe KindheitspädagogInnen, liebe ProfessorInnen, Lehrkräfte und Mitarbeitende an den Hochschulen, liebe Jubiläumsgäste, was haben Berlin, Freiburg und Emden, Neubrandenburg, Hannover und Koblenz gemeinsam? Überall dort wird heute das 20-jährige Jubiläum des Studiengangs Kindheitspädagogik gefeiert. Und auf dem Campus der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin kommen hierfür auch die Evangelische Hochschule und die Katholische Hochschule für Sozialwesen mit Fachverbänden und Jubiläumsgästen zusammen. Die Einführung der akademischen Ausbildung in der Kindheitspädagogik, sie war ein Meilenstein. Sie hat zur Professionalisierung des Berufsfeldes beigetragen und sie hilft uns bei unseren heutigen Herausforderungen. Wie sichern wir Qualität in Zeiten des Fachkräftemangels? Wie organisieren wir multiprofessionelle Teams? Was brauchen Kinder und Fachkräfte im 21. Jahrhundert? Eine Antwort ist unsere Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung und Gewinnung. Alle wichtigen AkteurInnen habe ich dafür an einen Tisch geholt. Und wir nehmen Geld in die Hand. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz hat der Bund 2023 und 2024 bereits rund 4 Milliarden Euro an die Länder gegeben. Und gerade hat das Bundeskabinett beschlossen, in den nächsten beiden Jahren entwickeln wir das Gesetz weiter und nochmal 4 Milliarden Euro. Für Qualität, für gleichwertige Lebensbedingungen bundesweit. Die Hochschulen sind wichtige Partner dabei für uns. Sie erforschen neue pädagogische Wege und sie vermitteln sie an die Fachkräfte von morgen. Vor 20 Jahren sind die PionierInnen im Studiengang Kindheitspädagogik gestartet. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum. Ihre Lisa Paus Und dieuno-Bizion kita in die KnoierInnen im Studiengang Kindheitspädagogik gestartet. Vielen Dank.